Worüber ärgerst du dich im Moment besonders? Ja, ich ärgere mich, dass man eine Hausbatterie nicht aus dem Netz laden darf, weil das ja klug wäre, wenn wir eine Strommangellage haben. Jetzt ist es verboten, man darf die Batterie nur von der Sonne laden und nur ins Haus entladen. Und hier, liebe Politiker, wäre es doch wichtig, wenn wir eine Strommangellage haben, dass wir alles nutzen können, was wir haben, also auch Hausbatterie und Elektroautos, nachts laden und tags entladen.